Hey, schön, dass du hier bist. Heute will ich mit dir über den Schritt-für-Schritt-Plan reden, mit dem du es schaffen kannst, deine Männlichkeit zu stärken. Und was das bedeutet, nämlich deine Männlichkeit zu stärken, das bedeutet eben, dass du eine neue Ausstrahlung auf Frauen haben wirst. Du wirst dich selbstbewusst dafür mit dir selbst. Du wirst eine andere Ausstrahlung auf Frauen haben, denn das musst du wissen, und das weißt du auch schon, wenn du jetzt aus meinem E-Mail-Coaching kommst, nur knapp 5% der Männer sind wirkliche, echte Männer, sind wirklich in ihrer Männlichkeit angekommen. Und Frauen suchen genau das, echte Männer, Männer, die in ihrer Männlichkeit angekommen sind. Aber es gibt nur 5% da draußen, nur 5% der Männer sind wirklich an diesem Punkt angekommen. Und deswegen können diese 5% der Männer sich so viele Frauen aussuchen, haben die Auswahl zwischen fast allen Frauen, die du draußen rumlaufen siehst, und die restlichen 95% der Männer teilen sich eben die restlichen Frauen, die überbleiben. Die restlichen 95% der Männer sind meistens Arschlöcher oder nette Typen, also entweder eins von den beiden Extremen, entweder zu nett oder zu sehr Arschloch. Und dieser Mittelpunkt, dieser gute Mittelpunkt, nämlich ein echter, starker Mann zu sein, das haben nur ganz, ganz wenige Männer drauf. Aber diese wenigen Männer können sich eben aus der großen Masse an Frauen, die Frauen aussuchen, die ihnen wirklich gefallen, für Sexbeziehungen, für richtige, feste Beziehungen, für all das, was sie wollen. Diese 5% der Männer sind die Männer, die keine Probleme mit Frauen haben, weil sie sich darum gekümmert haben, in ihrer Männlichkeit anzukommen, ihre Männlichkeit zu stärken. Und was ich dir heute zeigen will, ist der allererste Schritt auf dem Schritt-für-Schritt-Bahn zu deiner echten Männlichkeit, zu deiner Möglichkeit, einer von diesen 5% der Männer da draußen zu werden. Ich hoffe, du bist gespannt. Los geht's! Was ich dir jetzt mitgeben will, ist enorm wichtig. Es ist der wichtigste und erste Schritt auf dem Weg zu deiner Männlichkeit. Es ist das Erste, was du tun musst und das Wichtigste, was du immer wieder tun musst, wenn du in deiner Männlichkeit ankommen willst. Es gibt nichts. Kein einziger anderer Schritt auf dem Weg ist so wichtig, wie dieser Schritt, den ich dir gleich verraten werde. Wenn du diesen Schritt machst, wenn du ihn immer wieder machst, wenn du ihn wiederholst, wenn du dran bleibst, dann wirst du früher oder später in deiner Männlichkeit ankommen, auch wenn du die anderen Schritte nicht machst. Aber es wird natürlich viel länger dauern, als wenn du einfach den kompletten Plan machst und alle Schritte durchgehst. Also, der Schritt, den du machen musst, der erste Schritt hin zu deiner Männlichkeit ist, stell dich regelmäßig Herausforderungen. Ich kann das nicht oft genug betonen, aber Herausforderungen sind der Grundpfeiler deiner Männlichkeit. Ohne Herausforderungen wächst du nicht als Mann. Ohne Herausforderungen bleibst du auf deinem jetzigen Level als Mann stecken. Ohne Herausforderungen wirst du nicht einer der 5%, sondern bleibst einer der 95%. Was heißt das, Herausforderungen? Eigentlich dürfte es klar sein, aber ich erläutere es nochmal, es bedeutet einfach, dass du dich regelmäßig an deine eigenen Grenzen bringst. Was das für dich bedeutet, kann ich dir nicht sagen, denn du kennst deine eigenen Grenzen besser als ich. Es geht darum, dass du Dinge tust, die dir Angst machen, dass du Dinge tust, die du aber trotzdem gerade noch machen kannst. Du sollst keine Dinge machen, die dir so viel Angst machen, dass sie dich paralysieren und dich nicht mehr bewegen kannst, sondern du sollst Dinge machen, die gerade so über dem liegen, was du noch schaffen kannst. Dich ein bisschen über das, was du kannst, hinaus zu wagen. Und das am besten jeden Tag, das am besten regelmäßig. Dich regelmäßig über das, was du kannst, hinaus wagen. Zum Beispiel, ein guter Freund von mir war letztens hier am Alexanderplatz, ist vom Park innen gesprungen. Da konnte man runterspringen mit so einem Bungee-Jumping-Seil. Und das war eine Herausforderung, die er sich gestellte. Der hatte natürlich Angst, der hat geschlottet, als er oben stand, aber er ist runtergesprungen, um sich dieser Herausforderung zu stellen. Du kannst fremde Frauen auf der Straße ansprechen, regelmäßig, um dich regelmäßig dieser Herausforderung zu stellen. Ich zum Beispiel war auf einem 10-Tage-Meditationskurs, wo wir 10 Tage lang nicht geredet haben, nur meditiert haben den ganzen Tag, was eine enorme Disziplin war und eine riesige Herausforderung für mich. Das war zum Beispiel eine Herausforderung für mich. Du kannst in ein fremdes Land reisen, alleine in ein fremdes Land reisen. Das wäre zum Beispiel eine Herausforderung, dort neue Leute kennenzulernen. Du musst dich regelmäßig über deine Grenzen bewegen. Du musst dich regelmäßig neuen Herausforderungen stellen. Dann wächst du als Mann. Dann wirst du anziehen für Frauen. Warum ist das so? Gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer an, damit du es verstehst. Wenn du regelmäßig dich Herausforderungen stellst und über deine Grenzen hinausgehst, dann wirst du stark von innen. Dann wirst du wie ein Stein, den man geschliffen hat. Du wirst einfach hart. Du hättest ab. Du wirst widerstandsfähig. Und dann können die Tests, die die Frau dir zum Beispiel sendet, komme ich zu einem anderen Zeitpunkt nochmal genauer drauf, dann kannst du diese ganzen Tests widerstehen. Sie wird deine Stärke testen. Frauen testen deine Stärke als Mann. Und du kannst diese Tests nur bestehen, wenn du dich Herausforderungen gestellt hast und diese Herausforderungen auch überlebt hast. Denn das macht dich hart. Das macht dich widerstandsfähig. Das sorgt dafür, dass du nicht weinend zusammenbrichst, wenn eine Frau mal ihre Stimme erhebt oder wenn sie mal ein bisschen emotionaler wird, sondern dass du einfach standhaft bleibst. Dass du stehen bleibst, weil du schon andere Dinge erlebt hast. Du hast dich schon so vielen Herausforderungen gestellt, dass die Herausforderung einer Frau, die zum Beispiel gerade einen emotionalen Wutausbruch hat, keine Herausforderungen mehr für dich darstellt. Aber wenn du dich nicht Herausforderungen stellst, wenn du sozusagen weich bleibst von innen, wenn du dich nicht selbst stärkst mit Herausforderungen, dann wird die Frau dich herumschubsen können, so wie sie das möchte. Und wenn sie dich herumschubsen kann, wenn die Frau dich herumschubsen kann, dann wird sie die Einziehung für dich verlieren. Und die Frau schubst dich nicht herum, weil sie böse ist, weil sie eine böse Frau ist und dich herumschubsen will. Sie schubst dich herum, um zu testen, ob du ein starker Mann bist, auf den sie sich verlassen kann, in den sie sich verlieben kann. Und nur als starker Mann, nur als Mann, der sich regelmäßig Herausforderungen stellt, wirst du enorm anziehend auf Frauen wirken. Ganz wichtiger Punkt. Jede Woche, stell dich jeder Woche mindestens drei Herausforderungen, mindestens drei Sachen, die dich an deine Grenze bringen, besser mehr. Besser jeden Tag eine neue Herausforderung, die dich fordert. Und dann wirst du in deiner Männlichkeit enorm gestärkt. Und durch diese enorme Stärkung deiner Männlichkeit, wirst du eine ganz andere Ausstrahlung auf Frauen haben. Und plötzlich ist auch der Umgang mit Frauen kein Problem mehr. Frauen kommen auf dich zu, schreiben dir, rufen dich an, wollen sich mit dir treffen und bemühen sich darum, dass sie dich sehen können, weil sie eben spüren, dass du ein starker und echter Mann bist. Und erinnere dich, davon gibt es nur 5%. Wenn du jetzt wissen willst, wie der restliche Plan aussieht, ja, das war Schritt 1, eben Schritt für Schritt dann zu deiner Männlichkeit. Wenn du wissen willst, was für Schritte da noch dran hängen, denn es gibt da noch einige, die danach kommen. Wenn du ganz genau wissen willst, wie du von einem nicht starken und echten Mann zu einem wirklich starken, echten, robusten Mann werden kannst, der Frauen, ich sag mal, magisch anzieht, so blöd das auch klingt, aber es ist so. Wenn du das lernen willst, dann klickst du jetzt unten in die Ecke, hier links, und klickst einfach auf dieses Bild, was hier auftaucht. Und dann kommst du zu einem Artikel, in dem ich dir zeige, wie du die nächsten Schritte bekommen kannst, wie es auf den nächsten Schritten weitergeht. Der Link dazu ist auch nochmal unten in der Beschreibung drin. Das wird gleich unten auftauchen, hier in der Ecke. Da kannst du einfach draufklicken oder auf den ersten Link unten in der Beschreibung und dann bekommst du von mir den kompletten Schritt für Schritt Plan, wie du vom Anfangspunkt zu deiner starken, echten Männlichkeit kommst, mit der du Frauen von dir überzeugen kannst, mit der du den Sex haben kannst, mit der du willst, mit der du Beziehungen führen kannst, wenn du das willst, mit der du eben deine Probleme mit Frauen für immer hinter dir lassen kannst. Schön, dass du dabei war. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.